Nachdem ich meine langjährige Haftstrafe wegen dem Schlachten von lila Minecraft Schokokühen erfolgreich abgesessen habe, geht es jetzt weiter mit Let's Play Minecraft. Ja, ich habe ein bisschen was gefarmt und zwar ein bisschen Leder habe ich gefarmt. Wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen Zuckerrohr, ähm, was heißt Zuckerrohr, ey? Wir wollen ein bisschen Bücherregal herstellen und da habe ich ein bisschen was gefarmt dafür, nämlich Zuckerrohr und Leder. Hier habe ich auch ein bisschen Zuckerrohr hingestellt schon gleich, ähm, damit das auch ein bisschen wächst, damit wir das natürlich nachhaltig anbauen können. Und ja, wie gesagt, keine Schlägerei im Knast angefangen, ich war da halt nur drinnen, da haben sie mich halt weggesperrt, weil ich halt ein bisschen zu viele Kühe geschlachtet habe. So, die auch noch lila waren, weil, ja, wegen dem Texturenpaket. Ja, ich habe mir da ein bisschen Spaß ausgemacht und die Kühe lila gemacht. So. Ja. Okay. Okay, ähm, Bücher, genau. Hier haben wir Bücher. So. Das reicht jetzt aber gerade mal für zwei Bücherregale. Da hätte ich ein bisschen mehr farmen müssen. Wieso sind die Dinger so ressourcenaufwendig? Ich verstehe es nicht. Ähm, ich suche gerade das Craftingrezept für das Bücherregal und ich finde, dass die Dinger da ist. Und wir werden wahrscheinlich nochmal fahren müssen. So, auf jeden Fall, hier sollen Bücherregale hinkommen. Und wir haben noch ein paar, nein, wir haben auch keinen Beton mehr. Okay, gut, das ist natürlich das Thema, den Beton, den haben wir ja recht schnell gekriegt. Auf jeden Fall, hier sollen Bücherregale hin. Ähm, und, ja, noch was anderes, was richtig genial ist. Ich hole mal hier den Lohn raus. So, wir können hier das Holz lassen, das sieht man nicht mehr. Das hat seinen tieferen Sinn, meine lieben Freunde. Wieso ich jetzt das Holz hier so rausreiße. Denn hier soll nämlich ein richtiges Luxusetablismo hinkommen. Wo man sich so richtig, richtig gut gehen lassen kann. Was so richtig, richtig kostet. Und einfach nur dazu dient, um Punk und Protz zu demonstrieren. So, okay. Aber das müssen wir natürlich erstmal aufbauen alles. Und natürlich, Punk und Protz ist nicht billig. So, wie man hier ja auch schon unschwer erkennen kann. Aber auch natürlich ein bisschen Rohstoffe dafür. So, okay, dann, ähm, tun wir mal, ja, äh, Ziegelsteine, schon haben wir genug. Das ist ja auch nicht das Problem. Okay, wo haben wir schon wieder Ziegelsteine? Da haben wir Ziegelsteine, so. Werden wahrscheinlich ein bisschen Onscreen fahren müssen, leider mal wieder. Weil ich wieder mal. Naja. Lassen wir das. So. Und zwar möchte ich hier solche Slaps hinmachen. Genau, das ist nicht so teuer, das geht. Die gehen preislich, die sind ein super Sonderangebot beim, beim, ähm, beim Baumarkt. Und, ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil sonst mache ich Schleichwerbung oder was weiß ich was. Na gut, ein super Sonderangebot beim Obi, meinetwegen. So. Sind die natürlich. So, zu dem Baumarkt gehen wir noch ganz gern hin. Das soll die gehen auch mal ausreichen. So. So. Und zwar. Es fängt hier schon genial an. Und zwar. Hier soll Wasser hinkommen. Hier soll ein Fußbad hinkommen. Jawohl. Ein Fußbad. Für meine Wenigkeit. Ähm. Ja. Hier werden wir natürlich auch noch mal mit, mit, äh, Beton alles schön machen. Das ist keine Keramik. Ich will irgendwie immer Keramik sagen. Ich weiß nicht. Aber das ist Beton. So. Ähm, jetzt gehe ich erstmal pennen. Genau. Das ist Beton. So. Okay. Und dann, ähm, yo. Genau. Holen wir uns mal einen Wassereimer aus dem Keller. Oder tun wir mal ein bisschen Wasser holen. Oder einen Eimer aus dem Keller und tun Wasser holen. Kein Wassereimer natürlich. Aber ich nehme den ganzen Eimer hin. Wir haben doch da so viele. Ne. Da. Da. Okay. Ein Eimer. Ein Eimer sollte. Wir nehmen mal vier Eimer mit. So. Dann bin ich schon zufrieden. Das sollte passen. Und zwar, wir können hier auch keine Überschwemmung anrichten. Das ist alles gewährleistet. Das ist alles gewährleistet. Das wurde nämlich vorher alles überprüft und gesichert. Das Fußbad, das Luxuryöse, das steht schon, wie man sehen kann. So. Wunderschönes Fußbad, nicht wahr? Änderts von der Tatsache, dass wir ein bisschen Zucker rüberholen müssen und noch ein bisschen, naja, Lieder, Lieder haben wir eigentlich genug. Das ist nicht das Thema. Ähm. Genau, da tropft es jetzt so ein bisschen runter, weil das ein bisschen undicht ist. Aber ich mein, was soll's. Ich darf das nicht so anziehen, die Dinge. Das muss man locker sehen. Das ist schon in Ordnung so. Ja, wie sogar. Ähm. Seit wann? Seit heute. Geht das nicht mehr. Also früher konnte man was... Früher war halt alles besser, nicht wahr? Früher war alles... Nee, ich komme nicht mit früher. Früher war immer alles besser. Ich komme nicht mit dem Gelabe. So. Dann stellen wir noch ein bisschen Papier her. Komm her. Warum kann ich jetzt nicht suchen? Wir können nochmal Bücherregal craften. Geil. Somit haben wir die ganze Zeile an Bücherregalen dann voll. Das ist natürlich ganz allerliebst. So. So. Okay. Und wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen was... Äh, genau. Ich craft mir jetzt mal eine Schere. Wir gehen jetzt mal irgendwo ein bisschen Blätter abbauen. Blätter abbauen. Ja, das ist... Ich sag nichts dazu. So. Und ich hoffe nicht, dass die Aufnahme abbricht, wegen zu wenig Speicherplatz. Weil nämlich, ich habe gesehen, ich habe nämlich ein bisschen wenig Speicherplatz gehabt vorhin, wo ich das gesehen habe. Und ich habe nämlich die... Genau. Ich habe nämlich die anderen Parts nicht gelöscht worden, die Aufnahme-Session. Deswegen, ich hoffe nicht, dass jetzt da irgendwas... Naja. Hören wir mal auf mit dieser Amateur. Ähm, Mist. Wozu gibt es denn Videoschnittprogramme? Äh, hä, hä. Ne, uncuttered's play. So. Ich nehme jetzt mal hier... Ich wollte schon, dass ich sowieso fällen werde. Hier mal ein bisschen die Blätter weg. Aber nur ein Baum fällt. Ich war die anderen Bäume... Was ist es hier nicht? Komm, die Blumen, die können wir doch... Da lassen wir es. So. 19 Eichenlaub sollte definitiv mal genügen. Und dann werden wir das ein bisschen grün machen hier. Genau. Und die anderen Bücherregale. Hm, was machen wir mit denen? Ja. Da müssen wir halt ein bisschen farmen gehen, nicht wahr? Oder muss ich ein bisschen farmen gehen? Viel besser. Das ist natürlich... Ja. Also nochmal zurück zum Speicherplatz. Wenn ich jetzt hier jemanden verwirrt habe. Ich habe nämlich die anderen zwei Parts, die ich jetzt davor aufgenommen habe. Ähm, ja. Auf meiner gelieblichen Laufwerk-C-Festplatte liegen. Und... Ja. Da liegen sie immer noch gemütlich drauf. Und... So. Ich habe aber natürlich gesehen, ich habe nur noch 9,7 GB frei. Und ich habe jetzt die auf der externen Festplatte gesichert. Die anderen Videos. Und wollte die eigentlich von meiner SSD löschen. Nur... Ja. Man muss es natürlich auch machen, wenn man das... Ja. Vor hat. Aber natürlich, wenn man das vergisst, ist es ein bisschen doof. Das ist schon... Es sieht schon... Es sieht schon schön aus, muss ich mal sagen. So. Und hier habe ich gesehen, kann man das gar genau... Die Fackeln schweben so, aber es fällt nicht mehr so auf. So. Und dann haben wir hier wirklich eine geile Ophilo-Oase. So. Was wir jetzt in diesem Part noch machen werden, ist... Ähm... Ja. Noch ein bisschen das Ganze hier verschönern, weil das mit den Bücherregalen ist. Das ist definitiv zu zeitaufwendig. Muss man ganz ehrlich mal sagen... Ja. Es ist halt ein bisschen... Die Menschlichkeit. So. Wie gesagt. Ein Stack sollte auch hier... Also ein so ein... Ein so ein... Da sag ich schon... Ich habe hier irgendwie angefangen an zu arbeiten. Ähm... Von dem Betonsohnachter... Passt schon. Das ist schon in Ordnung so. Ähm... Genau. Pass auf. Jetzt bricht gleich die Aufnahme ab. Ja. Dann muss ich das halt... Muss ich das halt irgendwie schneiden. Das ist halt leider so. Wie gesagt. Ich möchte das halt irgendwie schneiden. Mein Video-Schneidprogramm ist das kein Thema. Aber ich möchte halt hier meinen Ankant-Restellers machen. So. Und wir machen jetzt das meiste fertig. Bis auf die Bücherregale. Das muss man... Genau. Die... Da muss ich dann jetzt nochmal farmen gehen. Und die können dann... Im nächsten Part... Aufwarten. Mit denen werde ich im nächsten Part dann aufwarten. So. Weil ich sag mal so... Es ist jetzt zur Zeit aufwendig die ganzen Bücherregale hier zu farmen. Da habe ich ein bisschen... Bisschen Leder daneben gelangt. Da habe ich das wieder ein bisschen unterschätzt. Okay, da habe ich noch eine Spitzfacke. Genau, das tun wir da noch hin. So, die kommt da hin. Dann kommt der Beton da hin. So. Und hier wollte ich jetzt noch Sand hin machen. Das ist ein bisschen schöner ausschauen. Den ist ja das ist hier mit dem Sand. So. Das man hier mit dem Sand so richtig schöne Sachen machen kann. Genau, auf jeden Fall so langsam wird diese Wohlfühloase. Wo man hier sich so schön hin... Hinflätzen kann. Und so richtig schön Bücher lesen kann. So ein bisschen was für die Bildung auch tun kann. So, das mit dem Sand. Wie ich jetzt diesen Sand da hin machen will. Genau, das muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Wie das gut ausschaut. Aber ja, da werde ich sicherlich noch was finden, meine lieben Leute. So, das war ein bisschen zu weit vorne. Das soll nämlich so ein bisschen aussehen. So, als ob da dieser Sand hingekarrt worden wäre. So ein bisschen so richtig... Sieht nice aus. Sieht very, this is very nice. Die können wir nur nicht herzaubern. Zwei solche Sandblöcke. Genau, das müsste... Und dann kann man das so richtig schön... Ja. Wenn es dann noch die Bücherregale da sind, dann sieht das so richtig nice aus. Die können wir nur nicht herzaubern. Das ist eben die Sache. Die müssen hergestellt werden. Das ist nicht, das ist nicht ganz billig. Die müssen geliefert werden. Und ja, es tut mir leid, euch da auf den nächsten Part vertrösten zu müssen. Aber im nächsten Part werden diese Bücherregale dann... Das wird eine der ersten Amtshandlungen des nächsten Parts sein. Bevor wir nämlich jetzt hier irgendwas weiter ausbauen, werden wir dann im nächsten Part nämlich uns erstmal um die Bücherregale kümmern. Und bis dahin, macht es gut, haut rein, ciao.